das KC das KC das KC ja servus Leute hier ist wieder euer JB und heute gibt es mal ein kurzes Blick aufs Gaming Commentary es ist ein sehr sehr kurzes TDM weil ich bin auf dem Server nachgejoint und da hatten die Leute schon 6300 Punkte glaube ich und habe am Ende trotzdem noch rechtsspielte Kills gemacht bin noch erster geworden und ich wollte es trotzdem nicht enthalten das ganze wurde das Spiel mit der Farmers, Standard Perks und der Killstreeks Drohne, Blackbird und die Hunde und ich habe heute eine ganz besondere Frage für euch weil heute ist Samstag der 21. Mai und seit knapp 10 Minuten läuft das DFB-Vokalfinale ich wollte das Gaming schon eher hochladen aber bin leider nicht dazu gekommen weil ich gerade selber noch Fußballspielen hatte und ich wollte einfach mal fragen wer von euch schaut Fußball schaut sich jetzt Schalke an gegen Duisburg und für wen seid ihr denn also seid ihr selber Schalke Fan oder Duisburg Fan oder überhaupt kein Fußball Fan oder Bayern keine Ahnung also ich selber bin ja Bayern Fan und bin heute trotzdem für Schalke auch wenn Bayern gegen Schalke verloren hat bin ich für Schalke weil ich Schalke einfach ja besser mag als Duisburg sagen es einfach mal so es ist heute ein sehr kurzes Gameplay aber ich wollte euch trotzdem mal fragen weil es mich einfach interessiert ob ihr jetzt Fußball schaut oder nicht und für wen ihr halt einfach seid ja was gibt es noch zu sagen morgen gibt es wieder der Zombie dann ist es der drittletzte Part es gibt dann noch drei Parts und dann ist das 2000 Abos Special vorbei und ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir ganz viele Kommentare ich freue mich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal